Ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kuss bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Was steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Die verborgene Stadt hoffe ich, aber was noch? Antworten. Ich erwarte Antworten zu finden. Hm. Vielen Dank. 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 Hier geht's um Timing. Vielen Dank. Ich muss... 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 Die geht noch nicht... Mehr Segel. Mehr Segel. Mehr Segel. Mehr Segel. Mehr Segel. Das war knapp. Ich muss die Barriere mit dem Seil runterziehen. Vielleicht gibt's irgendwo einen Griff? Durch Ziehen am Anker öffnet sich das Tor. Das könnte klappen. Ich kann den Anker festbinden, um das Tor offen zu halten. Ich kann die Barriere mit dem Anker öffnet sich die Barriere mit dem Anker öffnet sich. Ich kann die Barriere mit dem Anker öffnet sich die Barriere mit dem Anker öffnet sich die Barriere mit dem Anker öffnet sich. Ich kann die Barriere mit dem Anker öffnet sich die Barriere mit dem Anker öffnet sich. Ich kann die Barriere mit dem Anker öffnet sich die Barriere mit dem Anker öffnet sich die Barriere mit dem Anker öffnet sich. Ich kann die Barriere mit dem Anker öffnet sich die Barriere mit dem Anker öffnet sich die Barriere mit dem Anker öffnet sich. Ich kann die Barriere mit dem Anker öffnet sich die Barriere mit dem Anker öffnet sich. Vielleicht kann ich die Maschine erklettern. Ich muss weiter klettern. Und weiter. Ich muss weiter klettern. Oh, 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 oh. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Ich muss weiter klettern. Ich muss weiter. Und weiter. Ich muss weiter. Von hier aus müsste ich runter zu der Kammer gelangen. Horakan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Und weiter. Und weiter. Von hier aus müsste ich runter zu der Kammer gelangen. Ich muss weiter. Oh, mein Gott. 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 Oh, mein Gott.